Oh, das sagt ihr durchgehend. Das wird immer mit CH, immer, Garten, Fluchtzeug, Fluchtzeugt, das ist, ah, schön. Ja, das ist wie bei dir mit deinem Salat, ja, das Ding heißt Salat, also nicht Salat. 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 Da kriegst du wirklich irgendwie Ohrenprobleme, wenn du das hörst. Salat, ey. Das erste Mal dachte ich ja, okay, das war aus Versehen. Ich lauf niemals eine Runde um den Block in dem Spiel, die können den Bus klauen. Und dann kam das nochmal. Also ich bin mehrmals schon ohne meinen Bus irgendwo hin, mein Bus wurde noch nie geklaut. Ich bin mit dem sogar schon durch die halbe Lachei gereist und mit Ryan einmal komplett die Retour. Das stimmt, Jani. Wenn ich wieder zurückfahre. Das Ding heißt Salat und nicht Salat. Was ist Salat? Dann ist für mich nicht mal ein Dialekt. Dann ist einfach für mich die deutsche Sprache nicht verstanden. Was zur Hölle ist denn Salat, ey? Geht's so ganz so ernst? Also Salat hab ich noch nie irgendwo gehört. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich mein, ja klar, du hast halt überall anderen Spielen, ne? So Dialekt ist halt überall ein bisschen anders. Was, Salat? Was ist denn Salat, Alter? Es, ja, das heißt, so heißt Salat oder Salate. Aber nicht Salat und Salatte. 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 Also es klingt cool, aber irgendwie... Ich würde darunter aber nie verstehen, was ein Salat ist. Salatte. 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 Der ist gut. Wie gut Salatte. Wie gut Salatte. Salatte klingt irgendwie wie so ein Cappuccino oder so. Irgendwie so ein Kaffee, ja. Statt Latte, Salatte. Ja genau. Pizze mit oder ohne Ananas? Mit. Oh ja. Ich bin Team mit. Ich auch. Wir verstehen uns echt gut. Das wird immer gruseliger, ich weiß. Irgendwie ja. Also ich find's gut, aber... Wie gesagt, es gab schon so einige Sachen, wo ich mir sagte, ääähm... Langsam wird's sehr weird. Ja. Aber ich bin über die Phase schon langsam echt hinaus, weil... Danke. Es kommt immer irgendwie was Neues und dann denk ich mir so mal so... Äähähähähäh... Ton wieder? Bitte nicht. Nutella da mit Butter oder wie? Ne. 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 Ohne. Ohne Butter. Ohne Nutella! Ohne Nutella! Ohne Nutella! Ohne Nutella! Macht unter Nutella keine Butter! Das ist... Misshandlung! Milka-Aufstrich, Leute. Milka-Aufstrich ist auch geil. Aber trotzdem ohne Butter. Ja, aber der ist geil als Nutella. Das ist halt so gemein. Kommt dann tatsächlich auf meine Tagesflaune an. Meist das eine für mich besser, meist das andere irgendwie besser? Mit Nutella mit Butter ist geil. Ne, das ist so wie ehrlich. Ist genauso wie Marmelade mit Butter. Ist genauso ekelhaft. Bleh. Einfach nur Bleh. 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 Butter ist halt Geschmackserstärker, ne? Also, ich mag Butter ganz normal auf Brot oder Brötchen und dann Käse halt. Brassessig. Oder halt nur Butter, aber dann halt so zart drüber. Aber... Ist halt Geschmackserstärker. Die einzige Butter, die ich tatsächlich wirklich mag, ist halt irische. Ist nichts außer irische Butter. Nop. Guck, bin ich ins Haus. Mit Butter. Das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Eigentlich auch nicht. Eigentlich, eigentlich auch nicht, Kitty. Eigentlich auch nicht. Wir sind eigentlich beim Essen. Weiß ich nicht. Ihr seid schon ein bisschen allergemein, ne? Ich kann ja nichts dafür, das kam halt. Was? Weißt du, ihr wisst, okay, da ist jemand, der hat noch nichts gegessen. Ja, da bist du aber selbst dran schuld. Nein, bin ich nicht. Nächster Halt. Not Revoir. Doch. Und du hättest einfach was essen können. Du kannst ja auch jetzt... Meinst du, als ich geschlafen hab? Davor, danach? Während des Streams? Kurze Pause, während ich auf dem Floh war? Wie schnell soll ich denn das reinstopfen? Du kannst ja auch Zeit lassen. Danke. Nein. Kann ich nicht. Ich kann nicht wohnen, da ich wenig straße. Entweder ich habe Hunger und esse was, und dann ist es mir aber egal, wo und wie und was ich esse. Oder ich habe keinen Hunger und esse mich. Ja... Nee, das ist nicht so leicht. Ja... Aber... Na klar. Du weißt ganz genau, warum. Ja, ich weiß warum. Aber... Trotzdem... Ich... Ist doch einfach was. Ja, das ist nicht so leicht. Kind. Was? Haben wir nicht vorhin festgestellt, dass ich älter bin als du? Wir sind beides Kinder. Im Kopf. Ja, ich werde auch immer ein Kind bleiben. Aber... Nö. Aber nicht von dir. Das wäre auch etwas strange. Ja, eben. Eben. Aber ich könnte dein Kind sein. Das wäre auch merkwürdig, mit einem Jahr ein Kind zu kriegen. Ja, ich habe ein falsches Alter. Nicht mal. Nicht mal. Ich habe ein falsches Alter. Das Alter auf meinem Perse stimmt nicht. Ich bin verloren gegangen und dann wieder aufgetaucht. Wusste nicht, wann ich geboren wurde. Ich verstehe. Wirklich? Ich rufe mal schnell beim Jugendamt an. Okay. Frisch ist, hat ein Problem gleich, glaube ich. Was? Wieso? Gleich dann so Tür eingetreten. FBI, Opa! Ich denke, die Opa war so. Das wäre lustig. Nee, ich glaube die Kosten wären im Nachhinein nicht so lustig. Die Frage ist, wer müsste sie tragen? Ich glaube, ihr müsstet sie tragen. Wenn sowas ist. Wenn du das FBI rufst? Ja, ich glaube, dann müsste ich die tragen. Aber wenn sowas halt durch den Stream kommt, würde ich glaube, dann müsst ihr die tragen. Ja gut, ja. Deswegen nein, es sind alle volljährig. Es ist alles gut. Hier ist nichts, was egal ist. Also halt wirklich nicht. Unsere Kömpfe sind nicht ganz festgeschraubt, aber... Hier! Doch, ich werde gezwungen. Hilf mir! Wie oft wollen sie die dir? Ich hab' ich ihnen schon gezeigt. Was? Nichts. Das ist meine asiatische Freundin. Ich hab' trotzdem Bock auf Waffeln. Ich auch. Hybrid, wo bleiben die Waffeln? Ja, doch. Bei falscher Alarm, der oder diejenige, der angerufen hat. Äh, auch beim Sporting müssen jene zur Verantwortung bezogen werden, die angerufen haben. Ah, okay. Ja, aber wenn das durch einen Stream passiert, so, weißt du, dann ruft da ja eventuell jemand an. Sondern, ne? Es kann ja sein, dass irgendwie ein Polizist das sieht oder so, keine Ahnung. Und dann gib ihm halt, ne? Ja gut, aber ich glaube, ein Polizist würde das Ganze erstmal eine Weile verfolgen, bevor er halt losrennt und sagt, hier, FBI, ne? Ja, natürlich, ja. Keine. Ja, man kennt ja dieses FBI auf dem Map. So kennt man halt, ne? Aber ich mein' nur. So. Danke. Ne? Eine Fahrkarte, bitte. You know you know. You know what I mean. You know my Hirn. Hirn? Hello? Ja, mein... Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Was ist zwischen diesem süßen Ölchen? Ist da etwas Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff. Ich hätte das nicht schicken dürfen. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh, ich fand's einfach so süß. Was ist das von diesem süßen Ölchen? Ist da etwas Hirn? Nein, kein Hirn. Nur Fluff. Ich habe mal bei einem... ...Megasphine. Wodurch ein TDS-Nachricht-Alexa angegangen ist. Oh, ja gut. Ich habe Gott sei Dank keine Alexa. Ich auch nicht. Wirklich. Mir kann das nicht passieren. Ich habe nur... Oh, Mensch, 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 Mensch. Mensch, das Mensch. Da 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 da... Ryan? Ja? Ja. Wie gern magst du mich? Hast du einen Menschen übergenommen? Nee. Er hat überlebt. Also sie. Es. Seite Ding. Seite Etwas. Ja, warum fragst du dann? Ach, nur so. Ja, jetzt hasse ich dich. Okay. Ah, ich habe einen, aber die... Aber die kann niemand anrufen, das hat sie nicht aktiv. Achso. Ja, gut. Ich habe einen Ohrwurm, ne? Okay. Und was denn? Was ist denn zwischen den Irrchen? Ist dein etwa Hirn? Nein. Kein Hirn. Nur Fluff. Ist das einfach nur süß, vor allem wie dann auch dazwischen den Irrchen gezeigt wird. Und ich stehe auf Fluff. Ich stehe auf Fluff! Ähm. Fluff ist geil. Ähm. Was? Ähm. Du, ähm, ne? Was hast du? Alles gut. Ich habe auch nur Fluff im Kopf. Ja, du bist ja auch Kitty. Natürlich ist er nur Fluff. Ähm. Na? Geht's? Geht's? Wie geht's? Wie geht's? Fluffiges Fluff. Ja, die habe ich auch gesehen. Alles klar bei you? Wie geht's euch heute Abend denn so? Ja! Gut. Sehr gut. Ich bin jetzt noch nicht. Noch. Noch wieder auf dem Thüringer Ring. Nee. Nee. Ich weiß gar nicht, ob den Command Drop noch drin gab. Wo ist denn das? Oh! 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 Hööööööö Wer stellt hier eigentlich... Hm? ist halt wirklich noch drin. Wer stellt hier eigentlich die Scheißlaternen hin? Äh, du. Ja, nee. Den kann ich ja nicht mehr gemacht haben. Wenn's nach mir ginge, hätte ich die rausgenommen. Ja, du hast umgefahren? Jo. Warte mal. Ja, aber ich alle. aber ich bin noch ein plus mehr als sonst versteht zwar niemand der die dabei war aber er ist nur ja alles was schnurrt muss ich berühren also stellt sie doch eine frage was denn Katzen. Oh nein. Hä? Was ist das für Katzen? Hä? Glaub, die habe ich rausgenommen. Angel. Alles gut, ich rede in meinem Chat. Da wieder nicht. Ja. Ganz Universum. Äh, ne. Sim. Ist sie gut? Hast du die letzte Fol- Nein, nicht zu ändern. Ja, hat Gründe. Hat Gründe, Angel, hat Gründe. Was können die Tiere, die im Screen-Moment? Äh, vor allem springen. Also sie sind halt eigentlich nur Just for Thunder. Äh, sie haben auch Commands. Ich weiß gar nicht, ob die noch unter der Stream-Info stehen. Die müssten aber eigentlich noch unter der Stream-Info waren. Du kannst über die Tiere, die da unten rennen, kannst du auf jeden Fall auch Punkte sammeln. Also keine Twitch-Punkte, keine Kanal-Punkte. Sondern externe Punkte. Wo ist meine Tasche? Wozu eigentlich? Hm, es gibt da so Minispiele, aber ich bin bis heute nicht durchgestiegen, wie sie funktionieren. Weil ich kein Tutorial bisher dazu gefunden habe, was mir erklärt, wie das funktioniert. Okay. Mhm. Deswegen, weil für gewöhnlich halt mit den Punkten, die du halt über diese Tierchen sammelst, kannst du dann halt so Spiele spielen und dann halt dadurch deinen Score hochtreiben. Ich glaube, auch sogar andere bombardieren oder sowas. So kannst du halt hinter einem Krieg drauf spielen. Ja, das ist irgendwie ganz, ganz cool jetzt. Aber ich weiß ja nicht genau, wie es funktioniert. Es gibt so viele Commands für. Deswegen, das einzige, was man bisher machen kann, ist springen. Und ich glaube, manche, manche Katzen können tanzen, manche können sich totstellen. Ähm. Das, das sind nicht die Commands. Das, das, das. Stream-Elements und Twitch haben damit nichts zu tun. Warte mal, ich muss gerade selber mal gucken. Mein Bus fährt gerade. Hallo Lucy. Warte mal. Ihr Mensch, was ist denn jetzt los? Jetzt kommen sie alle. Wie geht's? Wie steht's? Wie steht's? Haltet ihr beide ein schönes Wochenende? Was habt ihr so getrieben? Wollte kurz vorbeischauen, bevor ich gleichlafen gehe. Aw. Aw. Oh, ist cute. Ne, das steht hier gar nicht mehr. Ist cute. Weil das Ding rausgenommen wurde. Ja gut, es gibt auf jeden fall extra Commands dafür. Aber nicht über Stream-Elements. Also das ist noch mal ein extra Programm. das ist so mein extra programm standard aber unterm stream gibt es auf jeden fall einmal du kannst auf jeden fall einmal den command sprengen einsetzen und irgendwo konnte man doch noch sehen wie das funktioniert wir hatten wir hatten mal eine komplette liste wo das drauf stand so meine zeit aber weiter läuft ja ich unterhalte wie man ach ja warte aber sag mal du hast ja eigentlich habe ich muss dafür und ich glaube dass ich meine das müsste eigentlich auch auf der modliste sein aber egal das aber wie gesagt das problem ist bei stream elements also man müsste das jetzt zum beispiel hatte das wäre dann ist jetzt zwar gerade nicht ich glaube ja so wäre dann zum beispiel springen das weiß ich glaube gar nicht das funktioniert tatsächlich nicht bei dem was ich habe um das machen zu können musst du halt nur aber ich glaube das war gar nicht da ich habe gemeldet hatte sie nicht durch den kindergarten ach so ich musste ja raus lassen das wäre auch mal rauskommen ja auch mal ein bisschen luft schnuppern nein ich will tag standard ach so ich bin jetzt fertig mit meiner fahr ich wollte einfach weiter fahren streckenplaner so darf ich jetzt rülfchen das würfchen fahren ja voll cute du kannst das fahren ich fahr grad die 10 tatsächlich ich hoffe ich hatte ganz ein schönes wochenende und mein wochenende war ich habe keinen keinen Midas bekommen oder sowas. Warte. Mein Wochenende war ganz okay, tatsächlich. Ein bisschen wie die Schlaf, aber sonst war's ganz gut. Alter, wirklich. Was ist hier jedes Mal los? Warum nimm mal bei mir? Der Speed mag dich besonders gerne. Ich schau ja gerade deinen Stream. Ja, ich meinte halt, Aria. Jaja, das war ja das, was ich gemeint hatte. Es gibt da so einzelne Minispiele, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe jetzt auch keine Zeit gefunden, mich da irgendwie mal mit zu beschäftigen. Alter, was war denn das bitte für ein Flip, ey? Das war eigentlich auch nur für die Zeit, wo ich halt noch kein Twitch-Affiliate war und keine Kanalpunkte hatte. Und jetzt laufen die Katzen eigentlich einfach nur rum, weil niedrig und so. Es fragt halt auch sonst keiner. Ray, der Command geht halt nicht, weil gibt's halt nicht. Es gibt halt nur die, die da eben gezeigt wurden. Und halt auch nicht für alle Avatare, sondern nur für manche, die halt auch dieses, die die Animation besitzen. Also manche haben die Animation, manche haben die Anima zu nicht. Gesehen. Äh, ich meine, äh, ne? Ja, hm, hm, ja. Eine Fahrkarte bitte. Wie meinst du das mit dem Aktivmachen? Die Avatar kann jeder benutzen. Und der Command, wie gesagt, funktioniert nicht, weil es den nicht gibt. Und selbst wenn ich ihn aktiviere, kannst du halt nichts mitmachen, weil ist nicht eingestellt. Weil, ne, das dauert ein bisschen, bis man das eingestellt hat und ich mich nicht damit auseinandergesetzt hab. Deswegen nie. An die Commands, die gehen, sind in dem Command Pet Avatar eingelistet. Kannst dir raussuchen. Die gehen, also vor allem springen. Springen geht immer. Und der Rest, äh, ja. Tanzen können nur manche. Sterben können auch nur manche. äh, furzen können alle. Aber da weiß ich, weiß ich den genau in der Command nicht. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ey, im Schild, was ist da los? Was ist da los? Sternchen, 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 keine Ahnung. Sie frage ich. Ein Hoch auf die Busfahrerin, Busfahrerin. Oh, schön, schön. Oh, ihr seid so cute, ne? Ihr seid so cute. Es wird mal wieder Zeit, dass ich Menschen umfahre. Ich bin so richtig, wo ist die Straße? Es ist so gut, bereits zu sehr in Wackelfieber. Ohhhh. Wuii. Was? Welche, wer ist? Wuii. Wuii. Angel, welchen Link? Was? Schön, wer ist? Talk to me. I don't know what you mean. Wuii. Jetzt wann fahre ich eigentlich so langsam hinterher? Äh. Ich glaub ich werde krank. Nächster Halt, hol Strache. Das stimmt. Das überhole ich immer wie ne Irre. Ich bin nie mehr normal. Du lernst dazu. Nee. Nein, das wird es nicht sein. Nein. Ja, das kann und wird es nicht sein. Dazu bin ich zu sehr ich. Okay. Nächster Halt, Flüsterweg. Flüsterweg, der wird nur geflüstert. Flüsterweg. Ja, äh. Oh, 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 oh. Hm. Entschuldigung. Genau. Ähm. Oh, wir sind nur 0,4 Kilometer von der Sonne entfernt. Das ist eigentlich der Clip, wo sich der Bus gerade komisch verhalten hat. Aber Twitch mag das scheinbar nicht anzeigen. Ja, äh, du hast glaube ich keine Rechte links zu posten. Das ist es. Das ist es. Glaube ich. Ich glaube ich habe es nicht eingestellt. Das ist alles. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich glaube es liegt einfach nur an der Rechte. Oh. Das kann durchaus möglich sein, weil wir haben auch nicht alle die Rechte links zu posten. Ja, ne, da kommt da alleine halt irgendwelche Kacke bei raus oder so. Das will ja auch nie. Hat das dann irgendein Müll im Chat? Also ich weiß, VIPs kannst du auf jeden Fall bei mir. Oh, okay. Und Mods kannst du bei mir. Bei den Abonnenten kommt es glaube ich drauf an, wie lang. Bei mir weiß es gar nicht, wäre das bei mir total so. Mods weiß ich nicht, ob die das können, also ich kann es auf jeden Fall. Äh, ja. Ich kann es ausprobieren, aber... Dazu muss ich jetzt noch mal rauszappen. Alles gut. Du kannst mir das auch gerne bei... Du we... äh, bitte. Bei... 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 Oder du packst es halt auf den Server drauf. Hilfe. Ich wäre dann beinahe hinten drauf gefahren. Ja, das passiert mir irgendwie heute auch. Wir sind nur 0,1 Kilometer... Ob ich da einfach durch... warte mal. Nein. Ich habe nicht richtig gesehen, ob du richtig gesehen überlegt hast. Mach ich es nicht? Mach ich es nicht? Mach ich es nicht? Nein. Du bleibst doch stehen... Vor allem, dem fährt sich halt auch nicht, ne? Zum Glück lebe ich im Zuckerkuchen... Im Zuckerkuchenweg? No joke! Was? Es gibt nicht ernsthaft eine Straße in Deutschland, die Zuckerkuchenweg heißt. Ist ja voll geil. Ist ja voll geil. Hä? Ist ja voll geil. Ich hab dich gleich. Ich hab dich gleich. Du redest mit dir jetzt aber immer noch hinterher. Ryan, warte doch. Vergiss nicht, du musst den ganzen Weg auch wieder zurück, ne? Ja. Hä? Aber Zuckerkuchenweg ist voll geil. Es spricht nicht im Schwert, ne? Niemand, bin ich niemand. Und dann komm ich. Ach, du. Oh, ich hör's schon. Ich kassier's meine Freunde ab. Anna! Nennte Schulter. Ja, ne? Doch, in der Straße war sogar mal eine Zuckerkuchenfabrik. Oh, geil. Hä? Das ist voll geil. Nein. Hä? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ... Irgendwann? Irgendwann? Es reicht langsam. Kann ich mich dricksitschen? Nächster Halt, Arbeitergasse. Komm schon. Nein. Woher? Ich weiß gar nicht, wo mein Bus geht. Ja, wo gut da hinten? Ich weiß gar nicht, wo mein... Irgendwo hinter mir. Sie ist da nicht, ne? Nö, sie ist tatsächlich nicht. Ja, das ist schlecht. Sie ist tatsächlich nicht über meinem Bus stehen. Gut, groß suchen. Was gibt's jetzt dort? Was gibt's jetzt nicht mehr dort? Weiter nicht mehr. Warum machen die sowas? Warum? Also von den Gebäuden her bin ich richtig. Ich verstehe Männchen. Männchen? Die Männchen. Nicht die Menschen, sondern die Männchen. Die Menschen. Die Männchen. Also von den Gebäuden bin ich eigentlich richtig. Aber ich weiß nicht, wo mein... Wo mein Bus steht. Ihr habt meinen Bus verloren. Niemand? Niemand? Wirklich niemand? Dann kommst du mit. Ich hab meinen Bus verloren. Oh, dann willst du nicht. Aber den Bus hat echt verloren. Oh, schön. Okay, hier steht auch nicht. Das sind alles Schwerverbrecher. Was? Die Kurven oder was? Männchen. 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 Okay, wo ist mein Bus? Irgendwo auf der Map, würde ich sagen. Ach, wo? Was kommt ihr denn da? Hy-hy-hybrid? Hy-hy-hybrid? Sorry, so. Ich find mein Bus hier wieder. Ah, hier war ich, glaub ich, vorhin. Ach, die die Fabrik zugemacht haben. Ja, die auch. Schwerverbrecherkuchen? Ich denke eher die, die die Fabrik zugemacht haben. Ja, okay. Hy-hybrid, wenn du das schon fragst... Schreib's bei mir, schreib's bei mir. Wenn man hier mordt, vergiss das nicht. Jo, das ist trotzdem mein Shit. Ich kann darüber auch bestimmen. Nein, du darfst nur in meinem Sinne handeln. Ja, siehst du. Ja, siehst du aber nicht dazu. Ich sage, er kann's bei mir schreiben. Hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy. Am Ende bereust du's wieder. Ja, gut. Das stimmt. Mach's lieber nicht. Hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy-hy- theorem das auf der Suche nach ihrem Bus ist. Aber ich habe meinen Bus gefunden. Arno... Ist das mein Bus... Athletisch? das mein Bus ist. Aber ich möchte es trotzdem wissen. Ich bin neugierig. Ich habe meinen Bus gefunden. Ist doch mein Bus, oder? Ja, das ist mein Bus. Oh Gott. Du warst jetzt auch schon da mitten auf der Straße stehen. Ich bin, oh doch, ja, bin ich. Ryan, wenn du einen Mod brauchst, hab ein paar Mod-Erfahrungen. Ja, das Problem ist, das ich meistens keinen Mod habe, der da ist, wenn ich streame. So, weißt du? Danke. Das ist halt meistens mein Problem. Danke. So lange bist du bei mir noch nicht mod. Ja, siehste, aber wenn du streamst, bin ich da. Ich hab dich ja sogar jetzt offen. Meine Mod-Qualität wäre eine Frage gestellt. Mein Herz blutet. Ja, wenn es nicht bluten würde, würde ich mir Gedanken machen. Es blutet blau. Das ist ungesund. Blau mit grünen Rauschwaden. Was? 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 Was denn? Was? Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Näh, nix. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Heißt, die Maunzie? Nee, die verweiß ich nicht, wie sie heißt. Oh. Wieso kostet das so viel, wenn man diesen Scheißstreifen einmal berührt? Ich hasse es. Oh, ich, ich hab, sorry. Ich fand so's long go-set. Was ist denn mit dir los? Was? Aber, hä? Warum fällt dir das ein, wenn du Menschen hörst? Hä? Es ist hybrid. Das ist einfach genug. Das ist einfach genug. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich kenn das nur von wem anders. Und da redet der Typ nicht so. Da redet sie mir mal ganz anderes. Frag nicht. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Ich könnt's euch denken. Alter, weh. Du reihest mir in den Bus. Oh, darf ich? Du machst aber sauer, ja? Du bist gar nicht in meinem Bus. Du fährst ja nicht mehr mit mir mit. Doch, guck doch. Das wird nicht richtig ausgestiegen. Du warst nicht einmal in meinem Bus. Ja, doch. Ich fahr da auch mit den Bussen. Ich überreise auch schon mal den Bus. Du wolltest ja nicht mit mir zusammenfahren. Du willst ja auch nicht aussteigen und einmal kurz dritt her mitfahren. Das mach ja immer nur ich. Ich möchte ja auch, wenn dann komplett zusammenfahren. Und nicht nur wieder Haltestelle. Du kannst jetzt komplett, bis ich wieder zurückfahre. Ich hab jetzt eine Maske. Ja, nee. Dann krieg ich ja Verspätung ein. Der Gräber ja auch so reingewirkt. Aber ich hab vier Minuten plus. Und vorher? Was war mit den 19 Minuten, die wir uns nicht erklären konnten? Das hab ich nicht verstanden. Aber da war auch Feiertag, also... Da verkehrt die Zeit anders. Schneller. Warum denn mir? Was hab ich denn jetzt mit der Sache zu tun? Ist bei euch schon mal... Oh mein Gott. Habt ihr schon mal mitbekommen, dass an einem Feiertag die Zeit langsamer vergeht? Ryan? Jetzt wirst du da. Also jetzt mal for real. Ist das irgendjemandem schon mal aufgefallen, dass die... Ich trage nicht. Dass die Zeit da langsamer vergeht? Nein, sie vergeht immer schneller. Immer. Keiner beachtet, den Zaun da fliegt? Okay, gut, ja. Nein, ich... Ich glaub, die Stelle... Entweder ist es die Stelle oder es gibt doch eine Stelle, wo der Zaun fliegt. Der Zaun fliegt an mehreren Stellen. Ist aber eben unterschiedlich. Es ist halt einfach ein Qualitätsspiel. Nicht. Kann man nicht anders sagen. Es ist halt einfach hohe Qualität. Nicht. Kann ich jetzt auch zwischen den Feldern fahren? Ich schlafe meistens bis nachmittags an Feiertagen. Ja, siehste? Da ist die Zeit auch weg. Kann ich da reinfahren? Nein. Oh, da ist ein Weg. Nein. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nein. Wenn sie nicht. Wenn sie sich vorher eine kaufen. Danke. Sie wissen doch, dass sie mit dem Bus fahren wollen. Dann stehst du auf der Straße, Junge. Fahr doch mal weiter ran, da. Sie stehen ja mitten auf der Straße. Ist doch wirklich mitten auf der Straße. Ah, ne, ich versuche es nicht. Ich versuche es, wenn ich in die andere Richtung fahre. Jetzt sind die eh schon allein gestiegen. Jetzt muss ich nicht mehr versuchen. Warte mal. Ach, Mist. Da kommt man leider nicht hoch. Na gut. Dann nicht. Ja, vielleicht 1200 Schaden. Schaden? Geld? Ja, Euro ist Schaden. Euro ist Schaden? Ja, ich wollte nur probieren, ob man da rüber kann. Oh, es ist spät. Aber dann kann man halt nur über Wege fahren. Brauche ich die Feldwege. Es ist spätig. Kommt ihr nochmal einen Feldweg? Nein. Mal. 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 Oh, ist das hier ein Feldweg? Ich habe aufgesetzt, glaube ich. Oh. Oh. Danke. 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 ich glaube ich habe mich festgefahren ich glaube ich weiß warum die ganze morgen zu dir gehen. so bei mir so ja langweilig die fährt halt den bus und bei dir so oh guck mal abteuer kann ich den bus zurücksetzen? äh ja äh escape und dann kannst du es ist nicht mehr spät sondern früh am morgen ja das stimmt das ist richtig da gebe ich dir natürlich das stimme ich dir tatsächlich zu. aber da kommen immer die leute aber hast du schon geschlafen? wer bin ich denn ist es spät? naja es kommt darauf an wenn du zuletzt geschlafen hast von deinem standpunkt aus ist es nicht spät von meinem jahr weil ich bin seit 7.30 Uhr wach gestern morgen was soll das jetzt heißen? von meinem stand aus standpunkt aus ist es nicht spät ja weil du ja vorher noch mal geschlafen hast ich nicht ja und? ja und? es ist für dich ja nicht so spät wo ist jetzt der dumme hund? du kennst das nicht? na und? na und? dummer hund? ne 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 tut mir leid kann ich nicht kann ich doch auf der kreuzung wenden? ich habe keinen bock bis nach unten zu fahren aber suchst du einfach okay die ist eigentlich an sich groß genug die kreuzung schönen schlag, glaub ich. geil. mag ich. guck mal 26 plus 26k ist das nicht schön? und bei mir? oh! aber das Minus geht noch warte, ich gucke das Minus geht noch da kann man noch nicht meckern ey, ist das nicht dein Ernst? ich finde es toll ich finde es toll so, schau wie es noch zu werden ok, warte oh! äh 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 nächster Halt Steineck ach ja hier es ist ja echt hm? ich habe gerade die bekommen echt so ob ich es noch eins durchschaffe nee das ist vorbei top die Wette geht steineck kirche ok, ich kann auch schocken eine Fahrkarte bitte ich möchte euch einen wunderschönen süßen Kuchen zeigen, den für Brecherkuchen haha der ist ja süß, der bleibt jetzt an der Ecke ok danke so, wer übertreibt wieder meine Fahrkarte haben Lucy ich übertreiben aber danke für deine deine zwei verschenkten Abos oh mein Gott, mein Becher ist fast so fein aber dankeschön danke naa ooooh geh schneller über die Straße sag mal was willst du ah hallo spinnst du? schlaf gut und dankeschön vor allem danke, dass du mal reingestellt ich habe einen Spinner auf meinem Weg es gibt so früh Joten hier auf dieser Strecke außer ein Panda der Panda ist toll aber sonst ist er voll nicht dunkel haha ja, du wirst doch ich ramm dich von der Straße, du kleines Auto du hast keinen Fluff oben du bist Anti-Fluff Bube-Santi-Fluff was Bube-Santi-Fluff Bube-Santi-Fluff übertreiben gehört äh, weiß ich nicht, ob du das hast kann ich bitte eine Fahrkarte haben? tja, ich habe doch nicht so übertreiben gesagt ich habe nur Danke gesagt äh, hab ich das verpasst? äh eine Fahrkarte äh aber guck mal, wie süß dieser Kuchen ist ist der nicht süß? der bleibt da jetzt im Übrigen, ne? ich schneide dir ein Foto, da kommt mir grad ordentlich aus jetzt halt echt super cute oh man der Verbrecher-Kuchen das ist jetzt mal ne neue Cam oh mein Gott hey, der ist aber süß! guck ihn dir an! süß ist er ja ah, schön, schön na klar na klar hab ich ihn schon gezeigt na klar oh nein ich hab sie vergessen schön klar, immer die alten äh einfach diese Sahnehaupe Haupe Haupe genau diese Sahnehaupe ich kenne sie nicht Sahnehaupe die Sahnehaupe die Sahnehaupe die Sahnehaupe ja wie, ne? also, wenn du willst, ich kann auch mit dir gerne gemeinsam mal zur Schule gehen da, dass ich dich dann dahin bringe, dass du dann auch mal lehrt, ok? ja, die Sahnehaupe ja, die Sahnehaupe ja, die Sahnehaupe naja naja jetzt so nirrig Hörchen ähm ne, das wird nicht so mit dem Plus kommen was? das wird eine Minusfahrt was? das wird eine Minusfahrt das geht so nicht was denn? das geht so nicht das geht so nicht Minus 2000 ja, die Kräuter haben mich halt gekillt mhm, natürlich ja, die Kräuter haben mich halt gekillt ja, die kosten halt immer 4000, wenn ich da über den Streifen fahre mhm, natürlich ist so so soll ich es beweisen? ne, bitte ich sehe gerade das Review nicht ok ok dann nicht ja hmhm 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 nein, 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 nein reicht doch meine Kommentare in meinem Erkstabfall die Scheiße-Power da brauchst du nicht mehr gucken das passiert immer halt und dasselbe hm was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? ich hab's gleich, Leute das klingt ziemlich gut hm warum will er in einen Badeanzug? naja wir haben noch einer weiß ich nicht wir eben hm hm hab's dir nochmal ausgestimmt? ich hab ja gerade selber ausgestimmt Manno hm ich weiß noch nicht ob das ist ö ha es ist da ne w Bis zum nächsten Mal.